fuck ja danke black lady ja vergessen uns zu entmuten ja willkommen zurück wir haben so ein bisschen gelabert und festgestellt dass wir durch die steinenge nicht durch wollen deswegen fahre ich jetzt zum beispiel schon durch den wald an der farm lang ihr habt so ziemlich nichts verpasst bin hier richtig richtung farm gefahren und schützi ist halt auch ein bisschen weiter gefahren wir haben so ein paar bier schon mal getrunken gehabt also zwischen dem fahren weil don't drink and drive bildungsauftrag und ja ihr habt nichts verpasst wird wahrscheinlich dementsprechend geschnitten sein weil stumm ist halt kacke ja kacke nicht dran gedacht mist mistiger mist mist was hast du ja gut hingekriegt hier mit den dingern hier hinschieben wie was hinschieben 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 muss aber mit dem baum umfahren warst du bestimmt nicht nur geschoben die haben sich auch gekullert oder freilich ich habe die hingemurmelt sogar mit anläufen also deswegen kann ich die nämlich jetzt nicht anhängen stecke fest ich komme nicht durch die steine sind zu eng er ist zu groß der bohrer ist zu eng für dich ja gut dann muss ich ja hier durch den armenwald fahren sind wir schieben hier 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 so ein dreckiger mist du bist immer noch sehr weit weg von deinem mikrofon bin ich nicht bewegt er sich 10 cm hervor und wurde schlagartig laut doch warst du so was soll hier schon schief gehen fahr mal hier den berg hoch wir haben ja aber irgendwas geändert du kannst die dinge nicht mehr aufheben wenn die punkte zur seite oder unten sind nur muss der bild zurecht rollen aus der zeit bis ich da bin ja das ist aber drei jahren gewesen oder so und zwei ein stückchen her halt stopp wo bin ich denn hier unterwegs so ich fahre jetzt durch den wald ja gut okay mit viel zu großen anhänger einfach quer fällt ein durch den wald zu fahren ist immer eine gute idee natürlich der anhänger einfach stecken bleibt selbstverständlich wobei ich bin durchgekommen mit 1 2 schadenspünktchen voll speed durch matsch britsche ist komplett vor schlamm schlammschlacht in schnee rennen titel erfüllt irgendwas packt hier ich kann das ding nicht anhängen soll ich es ein bisschen anschieben es liegt richtig rum ich bin mit dem kran drauf ich kann es nicht anhängen wo bist du wie ist das so weit hinten so das schon dahinter geschoben ja ja damit sie es einmal drehen ja sonst schieb ich es halt gar kein problem moment wenn man stehen würde ein kran ist verpackt ich kann gar nichts anhängen hier du noch mal zeug setzen du noch mal was ja spring mal in fliezer kein problem was ich bin fliezer spring mal in meinen kran bitte rein ich bringe im kran hast du auch die stützen ausgefahren? ja ja die hatte ich auch zwischendrin hab alles versucht macht er stehst du natürlich mit deinem lkw genau da drauf gell? ja ja der ok du kannst anhängen krass ich konnte nichts anhängen ich glaube ich habe immer lkw angehangen weil aber alle zehn räder drehen durch aber ich hatte den punkt gehabt ja aber du kannst wenigstens irgendwas anhängen ich springe nein ich habe gerade noch hier dass lange wieder eine winde drin ist geht es nicht jetzt ok kannst jetzt kann ich auf jeden fall anhängen ok hab geht doch steht da ein problem nicht ich weiß es nicht einmal mit profis arbeiten ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß Untertitelung des ZDF, 2020 Du schaffst es noch mit dem Aufladen? Nein. Gut. Die, der zieht die nicht hoch. Weil der den unten dran hängt oder oben drauf? Sonst versuche ich ihn nochmal umzuwerfen. Eigentlich war der Punkt oben ange... Nee, der Punkt ist oben. Der Kran schafft das nicht mehr. Okay, ich versuche nochmal umzuwerfen. Nein, er liegt ja richtig. Laut Punkt. Oder zu bewegen, dass er irgendwo festpackt, weil ich halt drauf stand. Willst du das jetzt anheben? Nein. Wow. Was haben die mit dem Spiel gemacht? Also ich springe nochmal in den Fleet Star, dann probiere ich es nochmal. Okay. macht keinen wieder herstellen und ist oben bin aber den punkt nicht jetzt kannst du nicht mehr anhängen den punkt ja das hatte ich vor es mit meinem eke wie weiter weg fahren das geht jetzt kann ich nicht bewegt sich schon mal gut ja weil winde noch benutzt ja klar vom kran meinst du ja ja freilich aber der hat bei mir nicht gehoben ich weiß nicht warum so dann kann man elkar schmutz wieder tauschen kannst du auch bist schon zurück 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 gut dass es den anhänger nicht zerlegt hat juhu 11.000 es da ist ein diesels damit abgeschlossen haben wir bei der husky forwarding das freigeschalten über große frach nach torment island irgendwie schicken nacken ja schicken nacken verlassenen schiff über große fracht und schmüffel als sperr wird man machen muss nur freischalten hast du schon attacke war über große fracht hier vorne abholen beim lagerhaus nichts was da steht mit wie viel plätze ja lassen sie einfach bei dahin fahren jetzt wieder durchs brinne geht es nicht durchs wasser nee weil da kommt ja oben raus unten bei der teilsperre das lagerhaus da da gibt es die ware das vertrauens ich fahre wieder über dings also diesmal fahre ich über der farm ja ich nicht weil ich muss viel weiteren bogen fahren weil ich kommt bei der farm nicht durch weil stein und stein sagt anhänger nein ich mache es nicht ich komme wie schmerz ich 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 die ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020